Der außerbörsliche Handel, auch Freiverkehrs-, Direkt- oder OTC-Handel, bezeichnet finanzielle Transaktionen zwischen Marktteilnehmern, die nicht über die Börse abgewickelt werden. OTC steht dabei für den englischen Begriff Over the Counter, was mit über den Tresen übersetzt werden kann. Der OTC-Handel heißt auf Deutsch Telefonhandel, auch wenn er heute überwiegend auf elektronischem Wege abläuft. Formen Man kann drei Formen des OTC-Handels unterscheiden, den außerbörslichen Handel mit börsennotierten Wertpapieren. Diese Geschäfte werden als OTC-Geschäft abgewickelt, wenn die beteiligten Partner das Geschäft nicht publik machen wollen. Dies geschieht in stark steigendem Maße und in hohem Volumen in Dark Pools. Den außerbörslichen Handel mit Finanzderivaten ohne standardisierte Spezifikationen. Den außerbörslichen Handel mit Wertpapieren, die zum Börsenhandel nicht zugelassen sind. Punkt. Börsen bieten nur standardisierte Produkte an, die aber häufig nicht dem Absicherungswunsch der handelnden Partner entsprechen. Möchte ein Unternehmen beispielsweise die Zinsänderungsrisiken einer Investition absichern, wird es nur in Ausnahmefällen an den Börsen ein dafür laufzeitmäßig passendes Instrument finden. Für einige der am Finanzmarkt gehandelten Produkte ist der OTC-Handel deswegen wichtiger als der Börsenhandel, zum Beispiel Zertifikate. Durch Online-Broker haben auch private Anleger die Möglichkeit, direkt Geschäfte mit einem Emittenten oder Makler durchzuführen. Der Anleger stellt hierbei via Internet eine Anfrage über den Preis zum angegebenen Finanzprodukt an seinen Online-Broker. Der Emittent teilt anschließend den verbindlichen Kauf- und Verkaufspreis für die angegebene Menge mit. Der Anleger muss sich daraufhin innerhalb von einigen Sekunden entscheiden, ob er dieses Geschäft zu diesen Bedingungen abschließen will oder nicht. Vor- und Nachteile Vorteile Einsparen der Börsengebühren, die bei einem Handel über die Börse fällig würden. Individuelle Modifikation des gehandelten Produktes Schnelligkeit durch den direkten Handel zwischen beiden Handelspartnern Geldbriefspanne bietet attraktive Margen für INSB Investmentbanken INSB bei komplexen Produkten Hohe Flexibilität ermöglicht schnelle Produktinnovationen Nachteile Geringere Kontrolle und Aufsicht Eventuell fehlende Referenzmärkte Nur teilweise Angabemöglichkeiten von Limit-Orders Keine Einsichtmöglichkeiten in ein Orderbuch daher existiert nur eine geringere Markttransparenz Zum Teil geringere Liquidität als beim Börsenhandel Es entsteht Kontrahentenrisiko, das aber durch Aufrechnungsvereinbarungen und Sicherheiten sowie durch das Clearing über zentrale Kontrahenten begrenzt werden kann Umsatzvolumen Der börsengebundene Derivathandel soll sich in den Jahren 1990 bis 2002 ungefähr verfünffacht haben bei zum Teil leichtem Rückgang in der Finanzkrise 2007 bis 2009 Das Volumen der ausstehenden OTC-Derivate im Bereich Wetzens- und Währungskontrakte ist in der Zeit 1990 bis 2009 etwa um den Faktor 120 gestiegen Zudem haben in den letzten 15 Jahren auch Kreditderivate erheblich an Bedeutung gewonnen Das Volumen des OTC-Derivatemarkts beträgt 450 Billionen Dollar Organisierte außerbörsliche Handelsplattformen Es existieren mittlerweile organisierte Wertpapiermärkte außerhalb der klassischen Börsen Die auch zum OTC-Handel gezählt werden und sich selbst als außerbörslich bezeichnen Zum Beispiel Lang und M, Schwarz, Tradegate, Ketzos oder T IQS Nach Definition des Begriffs Börse handelt es sich auch bei diesen organisierten Märkten um Börsen Die Bezeichnung außerbörslich ist hier also widersprüchlich Vorgaben der G20 und europäische Gesetzgebung seit 2007 Der Derivatehandel wird in Europa durch die Europäische Union reguliert Anlässlich der Finanzkrise, in der die Regulierungsbehörden nur unzureichend auf Verwerfungen im außerbörslichen Handel reagierten, haben die EU-Institutionen neue Gesetzesvorschläge gemacht Erste Stellungnahmen der Europäischen Kommission bezogen sich dabei explizit auf die Beschlüsse der G20-Gipfel in Pittsburgh und Toronto In Pittsburgh wurde gefordert, alle standardisierten OTC-Derivate sollten an Börsen bzw. elektronischen Handelsplattformen gehandelt und spätestens Ende 2012 über eine zentrale Gegenpartei abgewickelt werden OTC-Derivate-Kontrakte sollten an Transaktionsregister gemeldet werden Für nicht zentral abgewickelte Kontrakte sollten höhere Kapitalanforderungen gelten Anführungszeichen Die Europäische Kommission hat im September 2010 eine Verordnung zum Derivatehandel vorgeschlagen Derzeit wird diese zwischen dem Rat der Europäischen Union und dem Europäischen Parlament verhandelt EP-Berichterstatter ist Werner Langen Während die Mehrheit des Europaparlaments den Vorschlag der Kommission begrüßt, geht der Grünen Fraktion die Regulierung nicht weit genug So sollen der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde mehr Kompetenzen eingeräumt werden und der Derivatehandel grundsätzlich eingeschränkt werden